Hey Leute, ich bin's Kim. Weil heute das große Weihnachtsprojekt endet, haben wir noch eine super mega große Überraschung für euch. Und zwar können 5 Leute von euch da draußen schon wieder etwas gewinnen. Und zwar eine Sincera Bag. Da drin ist ein Showergel, eine Peeling, eine Creme und noch ein 20€ Gutschein. Also ist das nicht perfekt? Dieser Beutel hier hat einfach einen Wert von 60€ und das können 5 Leute von euch da draußen gewinnen. Und deswegen müsst ihr aber Ausschau nach dem Weihnachtsmann halten. Und zwar nach dem hier. Also müsst ihr nochmal durch unsere ganzen Weihnachtsvideos klicken und nach diesem Weihnachtsmann Ausschau halten. Und auch mitzählen, wie viele Weihnachtsmänner es waren in den ganzen Videos. Und mir dann hier unten in die Kommentare schreiben, wie viele Weihnachtsmänner es insgesamt waren. Und vielleicht gewinnt ihr dann eine von diesen Sincera Bags und plus 20€ Gutschein. Aber was ihr nicht vergessen dürft, ist alle YouTuber, die bei dem Projekt mitgemacht haben, zu abonnieren. Denn nur die, die alle von uns abonniert haben, können eine von diesen Sincera Bags gewinnen, weil die uns gesponsert worden sind. Also die Kanale stehen unten in der Infobox. Einfach draufklicken, abonnieren, damit ihr auch sicher seid, dass ihr alle abonniert habt. Und ja, ich wünsche euch dann viel Glück und ihr könnt dann einfach mit meinem Video hier oben anfangen. Einfach auf den Button jetzt hier oder meine Hände jetzt klicken und dann kommt ihr zu meinem Video. Und dann werdet ihr immer weitergeleitet. Und nicht vergessen, die Weihnachtsmänner zählen. Und ich wünsche euch dann einfach viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Bye! Bye!